Ein unvergesslicher Roman erobert die Herzen im Sturm. Ein Buch über bedeutende Geheimnisse, besondere Momente und zufällige Begegnungen. Eigentlich will Harold nur zum Briefkasten. Doch dann läuft er tausend Kilometer. 87 Tage, zu Fuß, von Südengland bis an die schottische Grenze. Eine Reise, die er jeden Tag neu beginnen muss. Für sich selbst und für uns alle. Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Von Rachel Joyce. Ab jetzt im Handel.